Wir haben uns hier heute versammelt, um Abschied zu nehmen. Boah, echt traurig, unsere Berliner Freunde so zu sehen. Ja, Karlsruhe, ja. Auch wenn's verdient ist. Da hast du natürlich absolut recht, Bundesliga. Trotzdem traurig. Ha, ho, hey, Hertha BSC! Union, das ist ne Beerdigung, ich bitte dich! Was denn, Bundesliga? Mit dem reichen Sack hab ich sicher kein Mitleid. Union hat doch recht, Bundesliga. Scheiß auf die Hertha. Schalke? Ja? Was machst du hier? Bist du nicht eigentlich selber tot? Ähm, ähm, na ja. Schalke, rein da. Aber wie gesagt, Hertha kann von mir aus ruhig liegen bleiben. Komm, Schluss, die Scheiße mach ich nicht mehr mit. Boah, Hertha, du lebst? Wie ist das möglich? Ja, ich bin topfit, Mann. Was? Topfit? Ja, Mann, Bundesliga, ich sag's dir, ich könnte Medizinbälle bis zum Mond schleppen. Medizinbälle... Hä? Ja, Medizinbälle. Hab ich vom Quelix gelernt. Quelix? Was laberst du? Oh, sorry, Felix. Felix Maggert. Ah ja, und Felix Maggert soll verhindern, dass du tot bist, Hertha, ja? Jawoll, der Kerl, der hält uns in Liga 1. Hey! Ja, ja, bleib mal besser gleich liegen, Hertha. Ja, komm, halt's mal. Daumen hoch und checkt euch gern meinen Zweikanal ab. Ciao.